Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen spannenden Runde von TheCulling. Wir sind gerade in der vierten Runde mit dem Payset zusammen. Guten Tag. Es kann nur noch besser werden. Also wir haben uns nochmal besprochen, wir haben unsere Taktik nochmal ein bisschen aufeinander abgestimmt. Ja, ja, genau. Also wenn das jetzt nicht perfekt klappt, dann weiß ich auch nicht. Oh, dann weiß ich auch nicht, ja. Ich mache mir auf jeden Fall jetzt ein Messer und bin auf jeden Fall voll motiviert und bereit für eine wunderschöne neue Runde. Und ich bin tot. Nein, kein Problem. Ich mache mir erstmal einen Speer, weil ich meine Pox. Wir haben ja unsere Pox eben ein bisschen angepasst. Die habe ich auf Speer oder Speerwaffen angepasst. Bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Ja, genau. Du machst einen Bogen. Ich mache mir jetzt mal einen Bogen, lieber Patrick. Dann können wir richtig was wegschnitzeln. Nee, also es ist ja die letzten Male gar nicht so schade. Nur wir müssen mal gucken, dass wir halt mal auch mal ein bisschen kämpfen und so. Ja, und dass wir nicht auch Leute treffen, die dann ein Gewehr dabei haben. Ja, oder eine Person oder so, wo man halt sich die ganze Runde lang ausrüstet, wo man dann denkt, boah geil, können wir was reißen. Und dann kommen die da mit einem Revolver an und du bist einfach so. Aber es war das letzte Team gewesen. Also wir waren die Letzten. Hätten wir die getötet, hätten wir gewonnen. Wir sind Zweiter geworden. Ja, hätten wir die getötet, hätten wir gewonnen. Ja, klar. Ich dachte auch, wir hätten eine Chance. Weil die ankamen mit, 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 äh, die hatten nicht viel. Ja, dachte ich auch. Die waren nackt. Die Speere oder sowas. Ja, die waren nackt. Und dann kommen die da und packen ihren Revolver aus, aus der Hose. Und, äh, ballern uns. Hä, wie, hi. Oh, Patrick. Aber das, guck mal, die haben uns ja, muss man ja auch sagen, die haben uns alle Teams. Äh. Hallo? Alter, was hast du gemacht? Die haben alle, die haben alle Teams entsorgt, weißt du, wir haben nichts gemacht, die sind einfach durchgeschnitzelt. Ja, die hatten irgendwie vier Kicks oder so, ne? So, warte, ich nehme das gar nicht mal mit. Du kannst schon mal da oben, äh, da oben hochlaufen. Da oben? Da oben hochlaufen. Ich glaube, hier ist keiner, oder? Äh. Moment, geh schon mal rein. Hier ist noch ein bisschen, äh. Warte mal. Fang. So, super. Nein, hier ist ne Pfanne. Wow, nein, geh weg. Der hat Kipps gemacht. Hängst du jetzt da fest, oder was? Ja, ich geh raus. Ich hab mich befreit, ich hab mich befreit. Alter, der hat Gift gemacht, der ist hier irgendwo. Mach dir, mach dir ne Bandage. Ich guck. Ah, vielleicht ist er weitergelaufen. Ne, 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 der hat ja das Ding, der hat das Ding gerade aktiviert. Weg, 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 weg. Ja, ja, ich sag ja Gift, komm hier. Ach, das, ich dachte, die Falle meintest du. Nein, das war ja, das war ja, da saß ich nur fest. Wow. Ich dachte, du hättest da, das wäre ne Giftfalle gewesen. Nein, nein, nein. Aber gut, sowas gibt's glaube ich gar nicht. Also der ist auf jeden Fall gerade noch in der Nähe gewesen. Der hat den Container ja, der hat den Gift, äh, Ding hat der geöffnet. Die kleine Drecksau. Ja, absolut. Warte, ich lauf mal hier den Hügel hoch, vielleicht seh ich ja was. Äh. Wo bist du? Also ich denke mal nicht, dass er hier noch an der Hütte stehen wird. Äh, brauchst du eine Bandage noch? Ne, ne, alles gut, alles gut. Okay, geht's wieder super. Leute, ich muss übrigens mal ganz kurz auf meine Kamera eingehen, ähm, letztens beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass, dass wir wirklich extrem konzentriert sind, das habe ich daran erkannt, dass ich mit meiner Zunge immer so, so Bewegungen mache und, äh, keine Ahnung, wie so ein kleines konzentriertes Kind sieht das aus. Fand ich sehr lustig, aber das zeigt einfach, dass wir wirklich, äh, das sehr ernst nehmen hier und auch sehr motiviert sind, weil wir wollen wirklich mal gewinnen. Ja klar, natürlich, also wenn wir irgendwann mal gewinnen, ne, ich glaube ich nackt, ich lauf nackt auf der Straße rum, das ist wie als würden wir Weltmeister werden oder so, also, wenn wir irgendwann gewinnen, ey, dann bin ich auf jeden Fall happy, so. Der hat ja alles gelootet, die Sau. Boah, aber hier ist noch eine, hier ist noch ein Haus. Ja, aber da wird er doch sicherlich auch drin sein, oder geben wir sie. Ach, hier ist er, hier ist er, hier ist er eine Truhe, eine Kiste, die ist offen, also eine normale Item. Geil, Grobar, Tier 2. Ja, besser als nichts, ich hab auch eine Grobar. Ja, nice. Ja gut, Tier 2 ist Tier 2. Tier 2 ist Tier 2, das ist, das ist klar. Also, ne, ich glaub das beste ist Tier 4, oder? Tier 4 ist, glaub ich so, also das ist zumindest das höchste, was ich bisher gefunden hatte. Wobei, ist die Frage, was so ne Waffen, also so ein Gewehr und ne Gebäude war, was die haben, ne? Ja, ja, klar, das ist natürlich, also wenn du so ein Gewehr hast oder so, dann hast du natürlich alles, ne, dann hast du, dann hast du natürlich ausgesorgt. So, aber ich glaub, hier gibt's nicht mehr viel zu holen, oder? Ja, hier sind noch Fangpunkte. Wir sollten mal weitergehen, ja, Fangpunkte ist immer gut. 25? Äh, ich guck mir kurz noch die Toiletten an, kennst du das ja? Ja, ja, mach das mal, mach die mal sauber da, die Toiletten. Mein Hobby hier. Ich mach mir noch ein paar Pfeile und dann gehen wir mal langsam weiter. Oh, noch ne Bandage, brauchst du noch eine? Ich hab schon eine. Ja, ja, kannst du mir geben. Dann, äh, komm mal hier, ich komm mal zu dir. Oh, hier ist ein Markierer. Also, hier links ist noch ein Markierer und rechts auf der Toilette, äh... Ja, Markierer brauchen wir nicht, aber wir können den recyceln. Stimmt. Rechts auf der Toilette? Wo denn? Äh, hier. Hier. Okay, ich, äh, recycle dann kurz. Lecker! Eine Bandage im Kno. Äh, die andere Bandage ist meine, die, äh, ich hatte keinen Platz mehr. So, ja, kein Problem. Kein Problem. Ich pass auf dich auf, Matik. Das ist gut. Oh, der bringt 10. Immerhin. Mal hin. So, wie sieht's denn aus? Die sind schon tot. Sie ist grad nicht. Okay. Ich hol mir hier noch die Bandage. Ich hab jetzt 35 Punkte schon, also ist ganz gut. Können wir jetzt gleich mal uns was gönnen dafür. So, are you ready? Bist du wieder auch ready? Ja. Bin sowas von ready. Alles klar, weiter geht's. War da grad Schritte? Warte mal. Doch. Da, da sind zwei. Zwei. Okay. Oh, nein. Ich hab einen getroffen. Alter. Alter, was willst du denn, Mann? Fuck, die gehen beide auf dich. Ich bin tot. Alter. Oh, nein. Das kann doch nicht sein, sofort am Anfang. Ach, du bist ja noch gar nicht tot. Nee, nee. Alles ruhig. Boah. Boah. Knochenbruch. Alter, ich will euch bauen. Ich bin tot. Ey, das gibt's nicht, Alter. Das kann echt nicht sein. Oh, Mann. Ja, du hast natürlich jetzt keine Chance gegen die, ne? Scheiße. Was war das denn für eine Runde? Scheiße. Mann. Wissen wir Bescheid. Suchen wir mal weiter. Okay. So, da sind wir wieder. Ja. Durchgeschnauft. Wir sind leicht enttäuscht gewesen, aber macht ja nix. Wir machen einfach weiter. Wir respawnen einfach und weiter geht's. Oh, Mann, ey. Das ist so demotiviert einfach, ne? Das ist krass. Ja, wir können da jetzt eh nix dran ändern. Aber. Es ist passiert. Und es ist halt nicht. Okay. Die Welt war vorhin gerade nicht mit uns einig und, äh, jetzt müssen wir alles daran tun, äh, das zu ändern und jetzt abzuräumen. Okay, da komm ich jetzt zu dir. So, ich bin da gespawnt, wo diese eine Hütte im Sumpf ist. Hinter dem Horizont. Hinter dem Berg da. Hinter, hinter den, äh, Misty Mountains. 300 Meter. Ja, genau. Hä, wo bin ich hier? So, ich bring dir einen Stein mit, ne? Ja, das ist sehr toll. Das, äh, den wollte ich immer schon mal haben. Ja. Da hab ich lange nachgesucht nach so einem Stein, aber das hab ich nie gefunden. Besonderer Stein. Deswegen, äh, freut mich, dass du jetzt da mit, äh, mitgedacht hast und, äh, mir da jetzt so einen Stein, also, das ist krass. Weil, wenn uns Gegner anschießen mit, äh, Revolvern, Gewehren oder so, dann schmeiß ich manchmal einfach Steine auf die. Ich hüpfe die ganze Zeit. Das geht so schnell weg dann. Ja, das darfst du nicht machen. Ja. Fuck, fuck, hieß ein Gegner. Fuck, fuck, fuck. Hä? Oh nein, der läuft nicht über die Brücke, Alter. Der läuft jetzt bestimmt ein bisschen mehr und ich bin dann der Erste, der tot ist. Da läuft der Patrick. Boah, ich hab auch grad die ganze Ausdauer verbraucht. Ich sammle schon mal Sachen drauf. Bist du unter mir? Ja, ich bin da unten. Ach so. Nimm mal was mit, bring mir was mit. Hast du ihn abgeschüttelt? Ja. Ja, der war halt in dem Gebäude da hinten. Okay, alles gut. Alles gut. So, jetzt überleben wir länger. Wie findest du eigentlich mein neues Outfit? Hast du gar nicht gesagt? Wow. Ich hab gesagt, dass deine Maske sehr, sehr hübsch ist. Ach so, okay. Hab ich gar nicht. Das reicht aber dann auch. Gut, ich komm rein. So. Ist hier noch irgendwas für mich? Hast du keinen Platz mehr für irgendwas? Nee, ich werde gleich ruhig recyceln. Das denn, ein Stock. Voll. Oh Mann, ey. Ich hab's noch mal einen Bogen. Nee. Wir sind alleine. Okay. Ja, ich würde ich zeige gerade nur. So, was macht du das? Machst du mir? Wie ist das damage? Hier ist ein Stein. Danke, Mann. Das ist ja richtig nett. Na. Ja, komm, lass es weitergehen. Ja, wir brauchen nur die Sachen, wie ich sage. Da war auch so eine Marker drin. Die kann man auch recyceln. Hab ich alles. Ach so, hast du recycelt? Nee. Nee. Nee, okay. Wollt gerade nähe und nein gleichzeitig sagen. Nee. Nee. Und dort. Hier ist aus die Weile. So, ich bräuchte jetzt nur mal irgendwie ein Messer oder so. Moment, wie viel hast du? Wie viel Punkte? Ja, es sind 45, dann machst du. Dann habe ich noch was für dich. Dann kannst du die Kiste aufmachen. Ja, sehr gut, Patrick. Ey, mitgedacht. Ja. Dann gedacht. Ey, dahinter ist auch noch eine Kiste. Hast du noch was? Ja, das ist aber eine rote. Ja. Hast du noch was? Nee. Du hast doch gerade was aufgenommen. Ja, ich habe 40. Aber was ist denn mit der Kiste da hinten? Warte mal. Hier ist noch ein Stein. Du kannst mal ein Speer haben. Nein, nein, nein. Komm, wir müssen diese Kiste haben. Aber was ist denn eine rote Kiste? Was heißt? Da müssen wir explodieren. Wir brauchen so eine Granate dann dafür. Ich kann ein Speer dagegen werfen. So. Geht das? Was? Nein, nein, nein. Du musst eine Dynamitstange machen dafür. Ja, dann brauchen wir eine Tonne. Ja, die Tonne ist hinten irgendwo. Ich gucke mal. Soll ich mach jetzt erstmal die Kiste auf? Achso, hast du jetzt genug? Ja, ja. Super, super, super. Ach, hier ist eine Höhle. Ich weiß, wir sollten uns nicht so weit trennen. Ja, nice. Was hast du denn? Hier ist ein Baseballbet. Gut. Super. Hier ist auch irgendwas. Hier ist gar nichts in der Höhle. Ja, auch nicht. Okay, wir müssen irgendwo dahin. Ist doch ein rotes Pass oder nicht? Ich suche gerade. Ich habe nichts gefunden. Ich meine auch. Okay, ich dachte, ich hätte eins gesehen. Gut, dann müssen wir hier irgendwo einen Pass holen. Holen. Das ist doch vorne, glaube ich. Wir machen die rote Kiste jetzt noch auf. Die machen wir jetzt noch auf. Ja, ja, ja. Wie ging das nochmal? Wie machte man nochmal? Achso, mit Stick und da drauf. Der rote Pass. Ja, genau. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, Mann. Hey, warum renne ich so viel? Ich nehme mal schon mal den Stock. So. Irgendwo müsste da vorne ein rotes Pass sein. Bin ich irgendwo eins? Oder spawnen die auch immer random. Ähm, das kann auch sein. Ja. Letztes Mal war hier eins. Das weiß ich. Scheiße. Oh, das ist doch kacke. Mann. Dann lass uns Schutz machen oder sonst was. Ja, ja. Ich würde gerne die rote Kiste öffnen. Okay, scheiße auf die rote Kiste. Wir machen uns jetzt mal 11. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Oh, zack. Dann haben wir mit der Bandage. Boah, sieben Fangpunkte. Und noch ein Stock, ne? Fuck. Ah, fuck. Ich brauche noch... Hast du noch zehn Punkte? Nee, ne? Ich brauche noch zwei Punkte. Ja, wir haben zu wenig Fang. Fuck. Ach, scheiße. Mann, das läuft nicht gut gerade. Okay, nochmal laufen jetzt. Ja, ganz ruhig. Wir brauchen Punkte. Und noch eine Kiste. Hier ist ein Leichendings. Das können wir schon mal nutzen. Ja, perfekt. Fuck. Dann kannst du ja schon mal bauen, oder? Dann mache ich mir schon mal eins. Ja, ja. Mache ich mir schon mal eine Rüstung. So. Wäre doch gelacht. Das geben wir uns nicht jetzt geschlagen schon. Das darf nicht sein. Nein, nein, nein. Hä? Was? Loot Pinata? Ja, da. Shookrave will fly. Und bau auf die Center Arena until you're on... Ja, schieß ab. Ah, hier. Hier, da oben. Guck mal. Da oben. Hä? Nein, das fliegt immer. Hä? Echt? Das sehe ich jetzt gerade zum... Hä? Das sehe ich zum ersten Mal. Ich dachte, das... Okay. Hier sind noch Leichenteile. Aber der meinte doch, dass wir dann irgendwas abschießen können, oder? Ja, wir können die abschießen. Wir können die runterschießen. Und du hast einen Bogen, also. Ja, aber die fliegen gerade ins Center. In die Mitte. Das ist mir egal. Ach fuck, jetzt bin ich hier hängen geblieben. Ich glaube, hier war noch keiner. Hier war noch keiner. Lass hier runtergehen. Ach, hier ist eine Kiste. Aua. Boah, fuck. Alter, spring doch nicht einfach da runter. Bist du verrückt? Egal. Egal. Komm, wir haben keine Zeit. Ich schaue da einfach runter. Doch, wir haben Zeit genug. Stamina. Zack. So, hier ist eine Bandage. Oh, hier ist ein Hammer. Ja, nice. Ne, mit. Zack. Auch nichts drin. So, funk. Nehmen wir alles gerne mit. Zack. Hast du hier einen Hammer? Ja, einen Moment. Ich habe keinen Platz. Ich muss recyceln. Na gut. Dann kannst du vielleicht gleich die Kütze öffnen. Nee, ich glaube nicht. Wie viel hast du denn? Äh, 23. Ich brauche, muss jetzt noch den Schutz machen. Das war auf Stein. Das stimmt, okay. Stein haben, Stein, Stein, Stein. Ich brauche einen Stein, Leute. Mann, wo ist hier ein Stein? Da ist ein Stein, das ist gut. Ah. Ah. Ey, hier ist aber auch gar nichts drin, ne? Jetzt haben wir echt kein Glück gerade. Ja, vielleicht wird es dann trotzdem besser gleich noch. Ja, ich hoffe doch. Das entwickelt sich dann vielleicht noch. Ey, hier ist nix. Nichts. Überhaupt nicht. 13 Punkte habe ich jetzt. Ja, toll. Ich habe auch 13. Ja, komm, überall gucken. Toilette. Ich habe schon alles geguckt. Nee, ich sehe alles zu noch. Ja, die Toiletten-Dinger gucke ich nie. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich habe keine Ahnung, weil die so laut sind. Ich gucke mal, ob da in der Mitte schon jemand was geholt hat. Also noch höre ich die Dinger immer noch fliegen. Also ich habe jetzt Schutz, einen Hammer und einen Speer und eine Bandage. Ja, nice. Ich habe auch noch eine Bandage. Vielleicht sollten wir einfach in die Mitte gleich stürmen. Vielleicht sollten wir das wirklich machen. Das ist bestimmt gut. Warte, da fliegt das Ding. Ja, dann schieß ab. Ja, hier ist eine Tonne. Na, egal. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Das sind zwei, ne? Na ja, ich versuche das Ding abzuschießen. Ey, ich kann mit dem Speer werfen. Macht das Sinn? So, ein bisschen ist schon mal down. Na? Ach du Scheiße, nice. Jawohl, jawohl, jawohl. Was denn? Jawohl, hier sind so ein paar Sachen. Hier ist eine, ich habe eine Pistole, eine Revolver. Geil, jawohl. Wir müssen ein Fass finden. Ey, sechs Schuss. Hier ist Schutz. Komm runter. Hier ist super geiler Schutz. Ja, wir dürfen nicht hier bleiben jetzt, Alter. Nimm alles mit, was du... Ja, okay. Dann komm. Hau ab. Hier eins. Hau ab. Lass da hinten in die Hütte reingehen. Alter, ich habe sechs Schuss. Wir brauchen trotzdem so ein Fass. Wir müssen noch mehr... Sechs Schuss sind wenig eigentlich. Ja. Lauf nicht mit dem Revolver direkt. Ja, genau. Ich muss den wegstecken. Die dürfen das nicht sehen. Alter, komm, Alter. Wir müssen ganz, ganz unschuldig aussehen. Und total schwach. Tür zu... Nice. Oh, das ist mega. Das ist eine Kiste. Ey, da hat keiner mit gerechnet. Keiner hat das gemacht. Hast du beide abgeschossen? Nee. Den anderen habe ich nicht abgeschossen. Okay. Warst du da? Nee, ich hatte ja nur einen Speer. Ich wollte ihn nicht wegwerfen. Aber hätte ich dann machen sollen. Ich habe den dann liegen lassen. Und hier war schon jemand. Aber da war noch eine Tür, ne? Ey, geht's noch weiter. Ja, und links ist noch eine Tür gewesen. Ja, hier ist alles schon weggelootet. Pass auf, hier könnte ich... Aber wir haben jetzt eine... Alter, du musst damit wirklich aufpassen. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß, hier... Wir müssen ein rotes Fass wohl. Wir müssen Mully machen. Ich habe... Da war doch eben ein rotes. Hey, Mare. Bevor wir in die Mitte gestürmt sind. Da hinten ist eins. Da vorne. Und dann willst du wieder zurück? Nein, hier vorne ist es doch direkt. Nein, willst du dann wieder zur Kiste zurück? Nee, ich weiß nicht, was wir machen wollen. Da hinten rechts ist so ein Funk-Ding. So ein Funk-Transporter. Ja, lass mal gucken, was dich das kostet. Äh, ich brauche einen Stock. Ey, warum brauchst du einen Stock? Ach, nee, warte... Nee, hä? Nimm deine Waffe an diesen... Ach so, das... Ach, ich habe ganz... Ich dachte, du wolltest es noch... Okay. 75. Was? Ja. Aber da hinten, komm, wir holen uns das Funk-Ding. Gib mir Deckung. Am besten nur einer. Wie viel hast du jetzt? Äh, 28. Ich habe auch 28. Also egal, wer. Ja, komm, schnell. Lass mal hier links in die Hütte rein. Ja, oben ist noch eine Kiste, ne? Die kannst du aufmachen. Ja, 43. Die haben wir alle schon geöffnet. Nee, da oben ist... Äh? Die blinkt aber noch. Die habe ich doch geöffnet. Warum blinkt die noch? Ja, weil die auch noch blinkt. Die sah aber zu aus. Nee, nee, die habe ich geöffnet. Das weiß ich doch. Moment. Fliegen. Hier sind Fliegen. Nee, die sind draußen. Hörst du das? Ah, hier im Kühlschrank. Ah, perfekt. Dann hole ich mir das. Ah, warte, nimm du die, ja. Ey, das entscheidet jetzt über Leben und Tod. Du darfst, du musst gleich wirklich... Du darfst, du musst wirklich ruhig bleiben. Du hast eine Waffe. Du bist... Wir sind im Vorteil, ne? Ja. Wir sind echt im Vorteil. Ich könnte auch die Kiste aufmachen, aber das macht keinen Sinn. Ich bräuchte noch ein paar Funk, Alter. Hast du irgendwas zum Recyceln? Ja, ich habe einen Hammer. Ja, gib mir mal den Hammer. Lass mal den Hammer recyceln. So, warte. Scheiße, es reicht. Aber hättest du mir das doch besser. Was? Wie viel hast du denn jetzt? Ich glaube, 43. Aber hättest du mir doch besser gegeben. Ah, da hinten ist noch was im Schrank. Ja, damit ich auf 75 komme. Nee, ich habe schon, ich habe schon. Den Funk. Dann nimm du das, was da im Schrank ist. Und ich mache dann die Kiste offen. Das läuft doch hier. Das ist doch ganz nice jetzt ungefähr. Orange Juice. Du, Sprint Pass dahinter, Hada. Enfield, let's bang. Okay, das behalte ich mir auf. Ich brauche... Ich habe 68. Ey, scheiße, Mann. Aber es geht noch weiter hoch. Ja, aber jetzt ist das Dach. Nicht aufs Dach. Nicht zu lange aufs Dach. Nee, nee. Okay, was machen wir jetzt weiter? Versuchen wir noch, dass ich mehr Muni bekomme? Gehen wir nochmal in die Mitte? Oder haben wir ab? In der Mitte ist eh nichts gerade. Lass die Mitte weg. Hier ist noch... Nichts, okay. Alles klar. Wir müssen irgendwo... Weiß ich nicht. Ich brauche noch sieben Punkte. Ja. Dann guck mal, dass wir hier irgendwo noch einen Skelett oder so finden. Warum höpfe ich denn die ganze Zeit raus? Okay, Alter. Wir haben echt... Wir haben echt... Warte mal. Hier vorne. Hier ist der Airsoft. Nee. Der kommt hier runter. Da kommt aber noch einer. Da kommt ein Typ. Hol die Waffe raus. Okay, okay. Ich hol die Waffe noch nicht raus. Nicht schießen. Nicht schießen. Komm, komm, komm. Da kommt noch einer. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. Nein. Ey, das kann doch nicht sein. Ich kann nicht mehr laufen. Mann. Das ist nicht dein Ernst. Ich hab den einmal getroffen. Ey, jetzt sterbe ich hier oder was? Alter. Ey, das ist nicht euer Ernst. Der wirft. Spring. Ja, super. Sind beide hinter dir. Ja, ich sterbe jetzt, Alter. Ey, das kann doch nicht sein. Was war das denn jetzt? Nein, lauf. Lauf. Ja, ich bin jetzt tot, Alter. Du hast doch noch voll viel. Ja, ich hab auch keine... Ich hab keine Ausdauer. Nee. Diesem Scheiß... Wir hatten eine fucking Pistole, Alter. Ja, fick dich. Mann, Alter. Nein. Oh, Mann. Das war ja richtig mies. Ey, ich dachte, wir hätten jetzt so einen Vorteil gehabt. Wir hatten ja auch einen Vorteil, aber... Das Ding ist, ich hab den einmal getroffen, dann gibt er mir einen und ich hatte einen Knochenbruch oder so, konnte nicht mehr laufen. Ja. Ach, fuck. Fuck. Scheiße. Richtig. Scheiße. Warum haben die auch immer diesen Dreizack, ey? Ich will auch diesen... Der ist mega stark, ne? Was machen wir denn falsch? Guck mal, die haben beide einen. Ja, und wir haben einen Revolver gefunden. Ja, toll. Jedes Mal eins besser, aber... War das nicht da mit jemandem zu tun, oder was? Alter, ey. Die bewegen sich aber auch so schnell. Ja, das kann doch nicht sein, dass die das... Oh, wir waren aber auch wieder dumm, ey. Ich will da wieder drauf sprinten. Ja, das stimmt. Das hättet ihr nicht machen sollen. Na gut, komm. In der nächsten Runde machen wir es besser. Ja, in der nächsten Runde machen wir es besser. Ja, was soll ich so sagen? Gut, wir versuchen es. Ja. Probieren es einfach. Guck mal, was der jetzt hat, der noch die Feiß-Axt, Mann. Boah, Alter. Guck mal. Guck mal, guck dir das mal an. Das ist voll das Monster. Ja, das sind die beiden letzten Teams. Die sind Dritter geworden. Toll. Ja, die waren halt perfekt ausgerüstet. Die haben nicht meine Waffe. Wir hatten einen Revolver. Guck mal, wie die Rinder wegsticht mit seinem Feiß-Axt. Geil, ey. Alter, der Traum. Die gewinnen das jetzt auch noch. Boah, der hat einen Taser. Das ist so easy. Guck mal, beide voll die Reichweite und dann noch einen Taser. Ja, das war's. Rot. Ja. Ey, das gibt es nicht. Wir verlieren immer gegen die den Kampf. Gegen die, also die Leute, die die Runde dann auch am Ende gewinnen. Ey, das ist echt ein Witz. Wir treffen immer auf die falschen Leute. Immer. Gut. Ja, nächste Runde nochmal. Noob-Ass-Team. Ja. Dann, bis dann, Leute, ne? Ähm, ja. Mit voller Motivation. Dann wieder ans Werk. Ciao. 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 Vielen Dank.